Market Insight vom Frankfurter Börsenpaket. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Der Kurs der Air Berlin ist diese Woche ganz schön eingebrochen, nachdem die zweitgrößte deutsche Airline Insolvenz beantragt hat. Die Marke Air Berlin wird wohl verschwinden und gut 90 der 140 Flieger könnten an Konkurrent Lufthansa gehen. Wie es um die 8.000 Mitarbeiter bestellt ist, das ist weiter unklar. Der Terror in Barcelona belastete die Märkte weltweit. Trotzdem, der DAX kann diese Woche leicht zulegen. Wie geht es nun weiter an den Märkten? Darüber rede ich mit Cornelius Baczynski, Marktanalyst beim Online-Broker gkfx.de. Nach einer gar nicht so schlechten Woche für den DAX ging es dann durch den Terror aber nach unten. Was erwarten Sie für die Märkte? Genau, wir haben es ja gesehen, wir hatten Erholung beim DAX gesehen. Ausgehend von der 200-Tage-Linie um die 12.000 Punkte rum ging es doch wieder ein bisschen deutlich nach oben, 12.300. Dort ist der Markt erstmal ein bisschen stehen geblieben und aufgrund des gestrigen Terrors, den wir gesehen haben, prompt ging es dann doch deutlich nach unten beim DAX. Wir befinden uns wieder im Bereich der 12.100 Punkte Marke. Auch der Dow Jones hat deutlich verloren. Wir hatten einen sehr, sehr großen Tagesverlust gestern gemacht mit 1,2 Prozent. Wichtig wird jetzt sein beim DAX, dass wir diese 12.000 Punkte, 11.940 Punkte Marke an der 200-Tage-Linie verteidigen. Sollte das nicht funktionieren, sollte sich das mit dem Terror vielleicht noch ein bisschen verschärfen, könnte es durchaus auch zu weiteren Abgaben kommen und wieder noch deutliche Kurskorrekturen sehen. Heute ist ja der kleine Verfallstag. Ich denke mal, wir werden noch heute in diesem Bereich der 12.100 Punkte Marke stehen bleiben, um die 12.000 Jahren verfallen. Aber danach wird sich das entscheiden, auch wie der Dow Jones heute reagieren wird. Sollte der weiter runtergehen, wird er auch sicherlich auch den DAX mit runterziehen. Wir haben einige Protokolle gesehen von der US-Notenbank und von der EZB. Was können Sie daraus zwischen den Zeilen lesen? Ja, wir haben es genau gesehen, Euro-US-Dollar hat darauf reagiert, nach dem FED-Protokoll erst mal nach oben gegangen. Die FED-Mitglieder haben doch ihre Sorge vor der niedrigen Inflation vorangekündigt. Das deutet ja darauf hin, dass die Wirtschaft ein bisschen schwächelt. Das könnte auch darauf hindeuten, dass die FED vielleicht die Zinsen doch nicht in so einem straffen Tempo anzieht. Vielleicht in diesem Jahr, jetzt im September, nicht wieder die nächste an der Zinsschraube dreht. Da ging der Euro erst mal deutlich nach oben. Gestern kam das Protokoll der EZB rein und da haben sich die Mitglieder dahingehend geäußert, dass sie diesen starken Euro doch ein bisschen zu stark finden. Und prompt ging der Euro wieder nach unten zurück. Ausgehend aus charttechnischer Sicht sind wir ja an die 1,19-Marke gelaufen. Jetzt sind wir in einem kleinen Korrekturmodus. Wir könnten durchaus noch eine weitere Korrektur einleiten, auch aufgrund dieser verbalen Intervention der EZB-Mitglieder, dass wir in den Bereich der 1,15- und 1,14-Marke runtergehen. Das wäre dieser Ausbruchslevel von damals. Ausgehend davon ist durchaus Platz nach oben für den Euro-US-Dollar. Auch aufgrund dessen, dass wir ja für den Herbst angekündigt bekommen haben, dass dann das Anleihekaufprogramm, die Geldpolitik, auf den Prüfstand gestellt wird. Also sollte es da irgendwie irgendwelche Angaben dahingehend geben, dass dann auch das Anleihekaufprogramm demnächst auslaufen wird. Oder Anzeichen dafür, wie es dann vonstatten geht dann weiter. Dann könnte es dann durchaus auch weiter zu steigenden Kursen kommen, in den Bereich der 1,20 oder 1,24. Auf welche Termine schauen Sie in der kommenden Woche? Wird eine spannende Woche. Wir haben einige Termine. CTEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone kriegen wir rein. Wir kriegen die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland und die Eurozone rein. Market PMIs aus den USA für das herstellende Gewerbe, den Dienstleistungssektor. BIP aus Deutschland für das Quartal und das ganze Jahr. Auch aus Großbritannien kriegen wir das rein. Auftragseingänge langlebige Wirtschaftsgüter. Highlight wird natürlich nächste Woche sein, das Jackson Hole Symposium, das dann von Donnerstag bis Samstag stattfindet. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, da gab es ja immer wieder Überraschungen. Beispiel zum Beispiel Ben Benenke, wo er dann damals das QE-Programm angekündigt hat. Stichwort Helikopter-Ben. Deswegen auch dieses Mal wird es mit Sicherheit irgendwelche Ankündigungen geben. Da werden wir ganz gespannt auf die Worte der einzelnen Notenbankchefs lauschen. Viele Themen für die nächste Woche. Wir werden wieder darüber sprechen. Danke Cornelius Baczynski vom Onlinebroker gkfx.de und danke Ihnen liebe Zuschauer fürs Zuschauen bei Market Insight. Bis zum nächsten Mal hier vom Frankfurter Börsenparkett.